Also ich kann eine nicht so gute Matratze aufbrezeln. Genau. Kannst du pimpen sozusagen, wie man im Amerikanischen sagt. Einfach veredeln über so ein Teil hier. Das ist ein sogenannter Topper. Topper ist das, was man sonst immer bei diesen Boxspringbetten. Da heißt es immer, das ist auch was so oben aufliegt, dieses dünne... Genau, das ist das, was oben drauf kommt. Quasi, ich sag mal, wie die Sahne auf dem Kaffee. Also ein schöner schwarzer Kaffee hat was. Also ein Crêmer drauf, ein bisschen Sahne. Ein bisschen Sahne, das sagt manche einer nicht. Wir haben ja aus unserem Sortiment, aus dem Kubikulum-Sortiment, einen Latex-Topper einmal gezeigt heute hier. Mit einem Bezug, abnehmbar, waschbar. Der hat auch ein Klimaband an der Seite hier vorne, dieses gelochte. Da sieht man, da kann die Feuchtigkeit wieder raus, die an der Oberfläche entsteht. Bezug ist waschbar bei 60 Grad. Hier sieht man das Band jetzt noch mal gerade im Bild. Ein bisschen genauer, dieses gelochte hier an diesem Steg. Ja, so dass der Topper geschützt ist. 2,69, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, wir haben hier einen kleinen Preisfehler gemacht. Die 2,69, das ist nur der Topper ohne den Bezug. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das gerade biegen. Also man kann den Bezug optional dazu haben. Diese Topper verkaufen wir bei uns im Shop. Oder nicht nur im Shop, sondern auch im Geschäft. Also ich habe den Bezug und einen Topper. Und das ist der Topper hier nur. Ja, genau, das ist der Topper. Hier sehen wir gerade noch die Preisgrafik. Gehen wir vielleicht gerade nochmal auf die Preise. 1,69 in der Standardgröße. Es gibt den für jedes Bett, also da wird jedem gerecht. Auch in den französischen Maßen. 1,40, 1,60. Oder am Stück für die Doppelbetten für 569 Euro. 2 auf 2,5,99. Ist zum Reisen dann in der großen Größe schon ein bisschen schwieriger. Moin extra Auto. Aber ich sage mal, wann nimmt man sowas? Hier sehen wir es nochmal, da ist so ein Latex drin. Der richtig schön softig ist. Das ist der Bezug, der extra kommt. Der kostet 69 Euro extra. Das muss ich gerade nochmal erklären. Also der ist nicht in den 2,69 dabei. Wir haben hier einen sehr, sehr hochwertigen Latex. Aber Thema ist, ich nehme sowas, wenn meine Matratze zum Beispiel zu fest ist. Bevor ich mir jetzt eine neue Matratze kaufe, kann ich hingehen und sagen, komm, ich kaufe mir einfach nur einen Topper. Hält die nochmal ein paar Jahre? 2 Jahre. Leg den oben drauf und damit wird das Ganze deutlich weicher. Also wenn ich jetzt hier liege, es ist einfach viel cremiger, viel weicher das Ganze. Wird damit auch bequemer in der Schulter zum Beispiel. Also wenn du dich da mit der Schulter drauflegst, ist das richtig schön. Einmal hier. Dann leg dich mal da oben. Und ist ja schon mal höher. Höhere Betten sind im Moment auch modern. Oh, das mag ich ja schon, wenn ich nur mich hinsetze. Alles klar. Kann deutlich mehr. Schön süffisant. Und nochmal, machen wir uns nichts vor. Samin, es gibt heute schon Topper für 100 Euro. Es gibt viele auf dem Markt, aber auch da merkt man, die Elastizitäten sind anders etc. Das hier ist wirklich ein Premium-Topper. Und damit kann ich meine Matratze aufbessern, pimpen. Kommt dann unter Umständen noch zurecht. Und das Schöne ist, wir kamen ja eben vom Thema Reisen. Ich kann auch hier wieder rollen. Ach, das war echt kein Wimps. Du meinst das ernst. Ich kann das ganze Ding mitnehmen. Ich meine das todernst. Ich reise immer mit Topper in Urlaub. Ich kann das Ding hier komplett zusammenrollen. Wie eine Eselmatte hast du dabei. Entweder in eine Sporttasche, also den müssen wir jetzt vorher wieder schließen, oder pack den ins Auto, mach einen Gurt drum, wie auch immer, und nimm den mit ins Hotel. Also bevor ich irgendwo schlecht schlafe oder riskiere, dass ich schlecht schlafe, würde ich den doch... Und kommst du hier mit deinem, zack, schwuppsdiwupps. Kissen kann ich auch noch mitnehmen oder mein Reisekissen. Aber deswegen, also ich kann so einen Topper nicht nur im eigenen Bett nutzen, sondern dann auch mal deplatzieren. Das ist das Schöne. Und diesen Topper, den bieten wir in verschiedenen Materialien. Das heißt, wir haben jetzt hier mal den Latex gezeigt. Ich habe hier noch mal ein paar Materialproben für dich mitgebracht. Ah, zeig mir das mal. Das ist ja mal der Unterschied, ne? Moment. Also das hier ist der Latex, den wir jetzt haben. Den haben wir jetzt hier. Ist das der hochwertigste? Das ist ein sehr hochwertiger Pulslatex. Also super feuchtigkeitsausgleichend, super elastisch. Also das ist ein Premiummaterial. Hat dann eben auch seinen Preis. Fühlt sich auch cool an. Schöner kann man das eigentlich nicht machen. Da hast du jetzt einen Visco-Schaum. Da merkst du so typisch dieses, Material, was sich hier, wenn du da mit den Händen reingehst, ist wie Mausespeck. Das nimmt erstmal die Form an, bleibt einen Moment so und kommt dann ganz langsam wieder zurück. Ein Visco-Topper. Der ist preislich fast gleich 10 Euro günstiger. Ein Material, was ein bisschen mehr fixiert. Also auch ein netter Eindruck ist, wenn du dich da so reinigst. Das ist wie am Sand am Strand. Du liegst einmal drin und dann liegst du schön drin. Aber das war ich ja hier. Schließlich ist der Rücken an. Ja, der hat ein bisschen mehr Dynamik. Der kommt schneller wieder hoch. Ist das Geschmackssache? Das ist ein bisschen Geschmackssache, ja. Würde ich schon sagen. Also der hier fixiert etwas mehr. Der ist, ich selber schlafe auf dem Visco im Moment, aber Latex ist genauso toll. Also bei 10 Euro Unterschied muss man sich ja nicht über den Preis unterhalten. Das ist ja wurscht, ne? Da ist die Frage eher, was ist für wen? Wenn man ein bisschen stärker schwitzt, würde ich eher zum Latex raten, nicht unbedingt zum Visco. Das wäre nochmal so ein Tipp. Und dann haben wir hier noch ein drittes Material, das auch eindeutig einzugrenzen ist. Das ist ein Aquapur-Schaum. Also ein Schaumtopper, der bei 199 Euro liegt. Das ist der günstigste in der Serie. Aquapur-Monzette. Aquapur. Das ist ein sehr offenporiger Schaum. Ja, das sieht man auch. Der ist ja gröber und da geht dann mehr Luft durch. Wenn diese Bläschen hier... Die hat eine schöne Porenstruktur genauso, dass die Feuchtigkeit gut durchwandern kann. Die Hauptbetonung hier bei Sabine liegt darauf, dass der Topper recht soft ist. Also der ist für leichte Personen geeignet. Das wäre zum Beispiel ein schönes Material für dich. Oh! Also für ein sehr feminines Material, was einen dann auch noch gut einsinken lässt. Das wäre so der Grundcharakter von diesem Schaumtopper hier. Selten, dass mir jemand die Anfangspreislage empfiehlt. Aber für Fliegel gerne. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn du mich fragst, was ist für wen? Den Latex hier, den nehmen wir gerne auf Taschenfederkern. Das ist so eine schöne Kombi, Taschenfederkern mit Latex. Ah, okay, ja. Das wäre auch wenn ich eine Taschenfederkernmatratze habe, dann oben den Latex auch. Okay. Und den Disco, den nehmen wir gerne auf festeren Matratzen. Also wenn eine Matratze fest ist, da kann ich die Oberfläche wirklich schön mit soften. Das ist so die erste Eindruck für die Muskulatur. Der reagiert dann recht schön und macht das doch deutlich softer. Also auch hier, wie der Fachgeschäft, einen Fragen der Ahnung hat, der weiß, was haben Sie für eine Matratze zu Hause, wie sind Sie im Ort? Dann kriege ich auch die vernünftige Beratung. Wenn ich jetzt alleine durchs Internet nur stöber und habe da keine Beratung, dann denke ich, hm, Wiskoschaum habe ich schon mal gelesen, ist ganz gut. Aber wo ist da der Unterschied? Und es gibt ja irre Unterschiede. Alles bei uns im Shop kaufbar unter www.cubiculum.de oder telefonisch nochmal kurz durchleuten. Auch hier, wer unsicher ist, dafür sind wir da. Telefonische Beratung macht dann auch nochmal Sinn. Dann kann man nochmal je nach Körperbau, nach Gewichtsverteilung etc. Oder was haben Sie für eine Matratze zu Hause? Matratze, da kann man sich auch am Telefon nochmal beraten lassen und kommt dann bequem, versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Nicht schlecht, aber man kann schon eine Menge machen, dass man sich zu Hause eh um... Hier sehen wir nochmal, die beiden, zwei von den drei Varianten, im Bild abgebildet. Also unser Topper von Lacey, aus dem Programm Lacey, Latex, Visco und Schaum. Preise ab 199 Euro in der Standardgröße.